was geht leute mein name ist time to snitch willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und zwar haben wir vor uns gerade season 6 wenn ich ehrlich bin ich habe keine ahnung was mich da jetzt erwartet ich weiß wenig von den patch notes ich weiß wenig was umgesetzt wird hat mir den trailer da angeguckt hat mir den trailer hier angeguckt ein bisschen was auch in den streams und ich würde sagen ich bin sofort rein ins gameplay, let's go! hippie ich habe meine masterplugge bekommen aber an sich das overlay sieht gut ab sieht echt hübsch aus da haben wir wieder die tageschallenges wie immer und was haben wir hier aha ok schön überarbeitet rankt absolut gold 1 angefangen super ah da haben wir es crafting materials crafting rotation current weekly also diese woche kann man das craften und die eva 8 dg mit double tap ok klingt interessant schauen wir uns mal an was der battle pass so von sich gibt ok direkt mal ausrüsten das interessiert nicht das habe ich tatsache gesehen gucken was das teil so machen kann ich glaub das ist so ähnlich wie bei fortnite jetzt mit tänzen und sowas dass man sowas halt als emote auf klatschen kann hatte ich gut im trailer gesehen wo der finish vom merge kam kö das ist schön das sieht sehr destruktiv aus ist nicht so eine linie sieht ok kann man machen auf jeden fall sieht gut aus da haben wir es da haben wir den ersten geilen echt geilen skin von pep finder maschine kann man machen ja komm leute was habt ihr jetzt mit den autos ist es ist der dritte bänder mit dem auto da unten was haben wir jetzt gerade eben noch gesehen motorrad noch ein auto auf zwei raketen das ist nicht schlecht aus das ist nicht schlecht aus noch ein auto bro was haben die mit den autos habe ich was verpassen und jetzt thema autos oder was nur autos faken was haben sie in dem spiel falsch gemacht und was habe ich falsch verstanden von der season ich hatte schon mal in dem stream gesagt apex eh nicht heftig naruto leute was denkt ihr was macht sie gerade ich glaube wir denken an das eine was sieht dass ich gerade denkt sie macht doch einfach dieses rasen gar vom naruto for real jetzt jetzt an die leute die naruto nicht kennen wird wahrscheinlich jeder zweite naruto kennen das ist so ein windkugel was naruto damals gemacht hat in dem anime das ist eins zu eins das was sie macht sie rennt auch wie naruto halt alles sieht heftig aus bro da ist der zweite felskin heftig heftig der hat wohl ein bach bekommen habe ich mitbekommen aha habe direkt einen lober drive autos bro die die haben der oh mein gott der autos ach warum ist ja jetzt kein auto also nachdem ein pfeil der mode und nach dem octane im mond ist das eines der besten real call heftig das deutet sowas von darauf hin dass er ein erbstück bekommt so wie es aussieht er ist ein hat mit dem trailer und damals hat einigen so die spekulation sieht aus als würden wir ein abstück bekommen von ihm oder nicht dass die legendären g7 skins was passiert mit denen ok die rasten aus kann man machen man später in letzter zeit zu wenig g7 da haben wir wieder die quest alles klar wunderbar haben wir unsere weekly da haben es natürlich heute erstmal hier schalten wir uns immer feine dankeschön dann gucken wir uns mal rampart an ne direkt was haben wir dann für sie kann man machen aber ich finde dieses rennfahrer dieses film verstehe ich nicht sie hat da einfach diese ziel flagge also ihr wisst wahrscheinlich diese flagge an der seite warum er sieht schön aus aber warum dieses autofilm das sieht doch viel viel besser aus sieht in diesem einen pro lasken der im shop war ok kann man machen habe ich jetzt nicht so gecatcht kann man machen alles klar so an was finde ich hat sie hat das kennen wir dann ist andere mit dem weniger genau das ist heftig sonst wir hatten jetzt sogar eine kleine belohnung gekommen master belohnung ja alter sieht das geil aus das ist echt geil aus da mal hier die haben wir sie die mit ausrüsten das sieht heftig aus das ist geil der sich auch mal anders aus das war so ok das sieht doch schon viel besser aus wo haben wir die pay to win skins haben wir nicht doch obwohl schaut euch das mal an das visier verändert sich ganz hinten das visier verändert sich bei den skin hier jetzt wissen wir mal gucken welcher skin besser wird und sich verändert sich das nicht nur so ein bisschen fetter das was das das ja das das ist schön alter ja wir haben aber hallo hallo nächstes evo habe ich schon ein evo ich verstehe nichts Hilfe ich verstehe nichts bin ich bin ich oh die wurschen welcome back baby welcome baby was ist das hier was kann ich machen kann ich ich weiß nicht mehr ah hier kann ich hier kann ich die sachen craften die so angezeigt wurden täglich und wahrscheinlich nicht ah jetzt bin ich ein prozent kugel geworden bro die stücken ah ok ok wie wärs mit einer volt ist denn was du da wo ist denn da kugel in die 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 ist die du Ihr habt eine Devotion. Ey, das Spiel, oh mein Gott, let's go. Aber wenn wir nirgends mal was aufmachen, kriegt man 5 Ersteckungsmaterial, ne? Die sind nicht mehr. Dossen auf die Amps cover. Dossen auf die Frag. Charging meine Shields. Schieb. Nein! Nichts mehr! Untertitelung. BR 2018